Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs verbinden. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Verbindet, verbannt, hat verbunden. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich verbinde, du verbindest, er verbindet, wir verbinden, ihr verbindet, sie verbinden. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich verbannt, du verbannt, er verbannt, wir verbannten, ihr verbandet, sie verbannten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe verbunden. Du hast verbunden. Er hat verbunden. Wir haben verbunden. Ihr habt verbunden. Sie haben verbunden. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich verbinde. Du verbindest. Er verbinde. Wir verbinden. Ihr verbindet. Sie verbinden. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich verbände oder verbünde. Du verbindest oder verbündest. Er verbände oder verbünde. Wir verbinden oder verbünden. Ihr verbindet oder verbündet. Sie verbinden oder verbünden. Den Schluss macht der Imperativ. Verbinde du. Verbinden wir. Verbindet ihr. Verbinden sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb verbinden. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.